Ich hatte ja schon beim PN-Übergang und bei diesen Betrachtungen dazu, hatte ich ja schon darüber gesprochen, dass man diese Halbleiter, man kann es sich auch so merken, die leiten, aber nur zur Hälfte, komme ich da nochmal drauf, dass man die wunderbar als Dioden, als Trioden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, stimmt aber nicht. Achtung Leute, Diodia heißt eigentlich aus dem Griechischen durchgehend, hat nichts mit D wie zwei Pole zu tun. Früher sagte man zu solchen Bauelementen Triode zum Beispiel, weil die zur eigentlichen Diode noch einen zusätzlichen Gitteranschluss hatten. Das war eine Triode. Eine Diode hatte dieses Gitter nicht. Also wie gesagt, bitte nicht verwechseln. Es geht um Durchlassen. So, aber nur in einer Richtung und das erkläre ich mal kurz am Wassermodell und dann real. Wenn ich hier eine Säule habe, eine Leitung, ich habe hier eine Feder und hier eine Kugel und hier ist, die Kugel liegt hier auf, dann kann hier Wasser nachkommen, wie es will. Es geht einfach nicht durch, weil die Kugel es nicht durchlässt. Im umgekehrten Fall, wenn ich also dieses Ding umdrehe und es kommt Wasser von hier oben, dann drückt es die Kugel beiseite, die Feder, die darf natürlich nicht unendlich stark sein, und das Wasser kann durchfließen. Ähnlich ist es so, wenn ich hier, man sagt auch Kathode und Anode, also wenn ich jetzt hier an der Kathode Plus anlege, leitet die Diode nicht. Und wie so ein Rückschlagventil. Und umgekehrt, wenn ich das Plus hier unten anlege, dann leitet die Diode die Glühlampe, die uns das anzeigt, die leuchtet also. Man kann es sich einfach so merken, es ist immer wieder verwirrend, technische Stromrichtung, physikalische Stromrichtung, kann manchmal doof werden. Merkt es euch einfach, in der Technik, also bei Schaltplänen und so weiter, Leute, denkt auch immer an die Links, die ich hier oben anfüge, das Video wartet hier. Bei der technischen Stromrichtung sagt man einfach, wenn hier ein Plus anliegt, ja dann Plus, dann geht es hier durch. Hier ist mehr. Obwohl das eigentlich nicht stimmt, denn die Elektronen, die sind eigentlich auf der anderen Seite. Beim negativen Pol. Also einfach merken, Durchlassrichtung geht einfach. Ich tue so, als wenn hier mehr wäre. Elektronen, darf man nicht sagen. Als wenn hier mehr wäre und das geht in Pfeilrichtung gut durch. Oder eben nicht. Wozu nimmt man Dioden? Oh, da gibt es viele Varianten. Schalterfunktionen und so weiter. Aber die typischste Funktion ist Gleichrichtung von wechselnden Spannungen. Wenn ich hier also eine Wechselspannung anliegen habe, auf der Seite hier, ja dann lässt die Diode nur eine von den beiden Halbwellen, sagt man auch dazu, von den Halbwellen durch. Dann sähe das zum Beispiel so aus. Noch spannender ist, ich kann auch die Diode mal ganz anders schalten. Wer sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, gehe ich jetzt nicht drauf ein, wird zu lange dauern. Da lasse ich hier auch eine Wechselspannung rein, auf dieser Seite. Der Kondensator lädt und entlädt sich. Und die Diode sorgt dafür, dass der Kondensator sich zwar lädt und entlädt, aber nur im positiven Bereich. Das heißt, ich mache zwar aus dieser Amplitude auch nur die gleiche Amplitude, aber nur auf einer Polungseite. Das heißt, ich kann sozusagen, und da gibt es dann Greiner-Schaltung und das ist eine Willardschaltung, gibt es alle möglichen Varianten. Man kann so etwas hintereinander schalten, immer wieder ganz schlau. Man sagt auch dazu, kaskadieren. Kaskadieren heißt, eigentlich kommt Kaskade von Wasserfall. Aber in der Elektronik nimmt man solche Schaltglieder oder ganz andere und schaltet die immer wieder schlau hintereinander und kaskadiert das Verhalten solcher Glieder. Also man stapelt es praktisch auf, man macht es noch schlimmer. Man kann also das zum Beispiel auch zum Erzeugen ohne Transformator sogar zum Erzeugen hoher Gleichspannung nehmen. Typisch wäre in der Medizin, ich habe es ja auch für die Mediziner mitgemacht, der Defibrillator. Wenn für die Leinen, wenn also jemand einen Herzstillstand hat, dann erzeugt man extra hohe Stromimpulse, um das Herz wieder anzuregen. Dass man dabei ganz hohe Spannung verwenden muss, hier nochmal der Link, denn der Körper leitet an sich relativ schlecht und wir wollen ja das Herz in Gang bringen und dazwischen ist noch Haut und Fett und Muskeln und so weiter. Und deswegen braucht man noch hohe Spannung. Ich hatte, hoffentlich kriege ich den Link noch dazu unter, wenn nicht, guckt einfach nochmal nach. Dieser PN-Übergang der Diode, ja, der funktioniert ja mit Sperren und Durchlassen relativ gut, aber ich darf es nicht übertreiben. Wenn die Spannung hier zu hoch wird, die ich hier anlege, in Sperrrichtung, das ist genauso, als wenn ich hier den Druck zu hoch anlege, dann knallt die Kugel irgendwann durch, dann bricht auch die Diode durch. Also nicht mechanisch, sondern dann kommt es trotzdem zu einer Leitung und dann, das ist auch gewollt, bin ich auch in diesem Link drauf eingegangen, aber deswegen müssen solche Dioden, zum Beispiel im Defi, sehr hoch spannungsfest sein. Die müssen also viel Sperrspannung aushalten, damit sie nicht durchschlagen, durchbrechen, sagt man auch. Gut, ich hoffe, ich konnte was zum Verständnis für alle nochmal beitragen, hier zum Schluss dann nochmal die Links, mehr ist dazu nicht zu sagen. Heute ist es wieder sehr warm, wir haben schon 35 Grad Celsius im Schatten. Naja, ich wünsche euch einen kühlen Tag. Also, bis später. Tschüss. 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 Vielen Dank.